Bei der Schlipsschlapsschere liege ich in der Gart. Ich greife nun auf der einen Seite den Ärmel und auf der gleichen Seite vom Anzug den Kragen. Nun lege ich mich genau auf diese Seite auf meine Schulter. Nun schiebe ich mein oberes Bein mit dem Schienbein an seinen Oberkörper und nutze meinen Fuß als Haken an seiner Rippe. Nun ziehe ich Doni zu mir, bringe ihn aus dem Gleichgewicht und führe jetzt eine Scherbewegung durch. Das eine Bein drückt ihn nach da, das andere Bein zieht seine Beine nach hinten weg. Nun folge ich ihm in die Mount, in den Reiter. Noch einmal. Ärmel tragen auf die Seite, Schienbein an den Bauch, Fuß an die Rippe, unteres Bein am Boden, zu mir ziehen und Scherbewegung in den Reiter. Und dann schiebe ich ihn nach. Vielen Dank.